Marie, geht's dir gut? Ja. Voraussetzung für diesen Schritt ist die Trennung von unserem allzu menschlichen Dasein. Es ist Zeit, dass mal wieder was passiert. Du studierst Medizin? Ich fange an. Marie bekommt ein Kind. Papa, Mama, Menschen. Wenn du gehst, bin ich eine Frau, die Selbstgespräche führt. Nach deiner Geburt durftest du die Haut nicht fühlen. Marie hat ein Kind geboren.